herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die syndikat box von ming alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung syndikat von ming das ganze am 29 april erschienen wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich deutschrap jawohl es ist das dritte album von ming wir werden das ganze mal aus der folie holen erstmal die folie hier aufschneiden und dann schauen wir uns das an die box erschienen über distributions und auf 1300 stück limitieren wir haben hier oben links einmal den schriftzug ming unten gibt es den schriftzug syndikat und dann haben wir hier das cover sieht so aus wie ja wie mehrere astronauten oder auf jeden fall so ähnliche anzüge und dann hier in dem einen dieser miese rot schwarze totenkopf unten sieht sich diese schwarz graue optik der anzüge fort rundum auf der rückseite ganz einfach in weiß hier haben wir einen größe l sticker und was besonders spannend ist hier lesen wir 1100 also meines wissens wurde damals vom künstler selbst 1300 verkündet ok es sind doch 1100 und meine box ist in diesem fall die nummer 622 auf jeden fall sehr erfreulich dass man das hier durchnummeriert hat würde ich mir generell sehr viel öfter wünschen so und dann kommen wir zum inhalt als erstes haben wir hier einmal das shirt kommt hier in schwarz dann haben wir die karotte den beutel das album an sich syndikat im tool case ebenso im tool case never die alone in der chopped und screwed variante einen riesen sticker und zwei kleinere sticker so box von ihnen weiß packen wieder zusammen und legen sie zur seite und dann holen wir mal die einzelnen sachen hier aus der folie einmal das shirt auch das zur seite und dann natürlich die beiden cds die tonträger einmal album und einmal das letzte album also never die alone das zweite album von min gewesen das in diesem fall hier in der chopped und screwed version und das album an sich syndikat so das ist das gute stück reguläres tool case das cover sowie auf der box nur etwas weiter weg also hier sehen wir dann doch deutlich mehr und die anderen anzüge hier besser seitlichen rot dann noch beschriftet und auf der rückseite haben wir die tracklist wir haben 20 tracks an der zahl 19 sind es regulär ich glaube die sind doch 19 zum streamen und der letzte der 20 track bonus track dmt featuring jane white der ist wirklich exklusiv glaube ich nur physisch also auf dem album wenn man so physisch kauft und nicht im streaming verfügbar so dann haben wir noch ein weiteres feature von dietrich auf track 17 und das sind glaube ich auch schon die beiden features also dietrich und jane white dann nochmal beschriftet wir schauen rein als allererstes ins booklet so was haben wir hier wir haben einmal die tracklist mit den infos wer produziert hat fotos weitere track infos links und rechts dann hier klein im eck die credits zum album ein foto mit einem wunderschönen dobermann der extrem große ohren hat und nochmal der mien schriftzug sehr schön das ganze hier in so einer metallic optik so dann kommen wir zur album cd die kommt in rot mit schwarzem aufdruck so sieht das aus hier auch nochmal alles in rot das war's mit dem album und dann kommen wir direkt zum bonus album ja das letzte album von ming never die alone in der drop and screwed variante alternatives cover also ein anderes cover als das original album damals never die alone und dann haben wir die tracklist 20 stück an der zahl diverse features und auch das kommt erfreulicherweise im jewel case und nicht in einer papphülle oder dergleichen das ist das booklet beziehungsweise ja so ein einleger und dann die td in schwarz und rot sieht so aus und hier auch noch mal gut das war's zur musik dann haben wir mit dabei drei sticker einmal hier riesengroß der cover sticker im hochformat dann mit dabei der syndikat sticker in diesem fall hier mit butterfly und klappmesser und dem zerteilten minkopf kleiner sticker in schwarz rot und dann dieses wunderbare exemplar ich glaube es war auch schon das cover von einer single auskopplung hier haben wir baby ming und die stolzen eltern in diesem fall wer ihn noch kennt der alte george w bush aus den usa und das neben ihm ist seine frau bin mir jetzt gar nicht mehr sicher ich glaube sie heißt barbara bush aber ja an ihn kann man sich auf jeden fall noch erinnern gehe ich mal davon aus dann haben wir hier eine möhre beziehungsweise karotte in orange und grün schwarzer ming schriftzug dann hier noch so ein grünes bändchen mit dran mit diesem orangen teil ums enger zu stellen und hier haben wir dann praktisch einen einkaufsbeutel also hier so einen ming sack mit schwarzem aufdruck auf orangen beutel so sieht das aus damit kann man dann zum supermarkt oder zum bäcker seines vertrauens gehen und die einkäufe hier nach hause tragen und dabei ming hier repräsentieren und zu guter letzt das shirt das kommt hier in schwarz mit dem riesengroßen ming gesicht hier in rot schriftzug hier im stirnbereich nochmal auf der rückseite das im nacken hier dieser neck print also es ist dieser sticker oder das motiv das wir von dem zweiten sticker kennen mit den messern und bei dem shirt haben wir es zu mit einem ich gehe mal davon aus ja gilden in der größe l na 100% baumwolle und das ganze ist made in bangladesh grüße gehen raus die größe für die shirts konnte man sich meines wissens aussuchen ich glaube von s bis xl war da alles machbar und zu guter letzt fassen wir noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte shirt dann haben wir den ming einkaufsbeutel in dieser wunderschönen karotten optik die sticker einmal zweimal zweimal und dreimal in unterschiedlichen größen dann das album never die alone in der job done screwed edition mit 20 tracks und natürlich das album an sich syndicat mit auch hier 20 tracks also insgesamt 40 tracks hier auf die beiden tool cases verteilt jawohl und wie es bei distri so üblich ist wenn man dort bestellt kriegt man auch noch ein paar sachen obendrauf in diesem fall gab es hier zwei flyer ein kärtchen und noch drei sticker obendrauf ja das alles das alles in dieser wunderbaren box syndikat von ming mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album bzw der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr ming unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt aber hier auf ciao